Die Stadt Copacabana am Titicaca-See auf der bolivianischen Seite hat 5000 Einwohner, eine 3000 Jahre alte Geschichte und ist ein Wallfahrtsort. Die Stadt ist auch Namensgeber des berühmten Strandes in Rio de Janeiro. Beliebtes Ausflugsziel ist die 20 Kilometer entfernte Insel im Titicaca-See, die Isla del Sol. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 In der Nähe von Copacabana gibt es einen Felsen, der an einen Frosch erinnert. Für die Einwohner ist das ein Glücksbringer. Daher finden hier verschiedenste religiöse Zeremonien statt. Eine lange Menschenschlange wartet darauf, an diesem Felsen gefüllte Glasflaschen zu zerschlagen. Untertitelung. BR 2018 Ja, ja. Good to see you. Applaus Ja, ja. Applaus Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja.